Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den Ferrero Küsschen Dark Choc im Test. Ihr habt es gemerkt, ich bin gerade so ein bisschen ins Stocken gekommen. Es ist eine limitierte Edition, aber ist sie wirklich neu oder kennen wir sie schon? Von der Verpackung her erinnert sie so ein bisschen an Double Choc. Aber da habe ich schon geguckt auf meinem eigenen Kanal. Double Choc hier habe ich ja schon getestet auf YouTube und Double Choc hatte keine 46% Halbbitterschokolade, sondern Double Choc hatte 31% Milchschokolade. Also Double Choc ist es nicht im neuen Gewand. Dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert. Dark Choc Küsschen. Es steht ja auch nicht neu drauf. Es steht ja nur drauf für kurze Zeit. Da dachte ich mir, Moment mal, wenn die Halbbitterschokolade draufsteht, ist es vielleicht Ferrero Küsschen. Zartbitter und Jackpot, es ist zartbitter. Hier als Dark Choc. Klingt einfach auch ein bisschen cooler, muss man sagen. Zartbitter klingt so altbacken. Dark Choc klingt so wow. Cool. Okay. Ferrero Küsschen, zartbitter. Hatten wir auch noch nicht im Test auf YouTube, deswegen wird es auch heute getestet. Was hatten wir denn bereits von Küsschen? Wir hatten Lebkuchen Küsschen, Zimt Küsschen, Stracciatella Küsschen. Ganz viele verrückte Ferrero Küsschensorten. Da kann man auch mal zu so einem Klassiker greifen, finde ich. Dark Choc Küsschen. Oder habe ich die doch schon mal getestet? In einer Mischung, in einer Mischbox vielleicht. Es gab auch mal so eine Vierer Mischung, die fand ich ziemlich cool. Googelt einfach mal. Auf YouTube schreibt da Ferrero Küsschen Junkfood Guru. Oder Küsschen Junkfood Guru reicht auch schon. Da solltet ihr nur diese Ferrero Produkte finden mit meinem Antlitz. So sehen sie aus. Ganz schick gemacht. Ganz edel und dunkel. Ich werde mal gleich so ein Küsschen hier durchschneiden. Dann gucken wir uns mal an, wie dark das wirklich ist. Ferrero Küsschen Dark Choc. Nur für kurze Zeit. Dunkle Schokolade trifft auf Haselnuss. Und so sieht das dunkle Küsschen aus. Ich hole es mal etwas näher ran. Hier könnt ihr es sehen. Hier habe ich es einmal fast perfekt mit dem Messer durchteilt. Und die dunkle Schokolade, die riecht schon sehr lecker, muss ich sagen. Und ich finde, das ist auch eine geile Kombination mit Haselnuss. Ich habe noch nicht reingebissen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es ziemlich geil ist. Dunkle Schokolade trifft auf Haselnuss. Das ist Ferrero Küsschen Dark Choc oder Zartbitter. 1, 2, 3. Jetzt wird es gegönnt und zwar direkt im Ganzen. Schön intensiv. Eine sehr dunkle, leckere Schokolade, aber es knallt irgendwie nicht so ganz wie erwartet, muss ich sagen. Dann gibt es Küsschen, wie dieses Karamellküsschen. Das fand ich damals, glaube ich, richtig, richtig lecker. Was mich mehr geflasht hat. Ist immer noch eine Hälfte. Ist lecker. Ich muss noch nicht immer alles mega fancy in der neuen Sorte ausarten. Dark Choc, dunkle Schokolade, genau das ist es. Mit einer Nuss, kein Salz drin oder sonst was drin. Hätte auch Dark Choc salted. Und dann sind wahrscheinlich auch einige ganz froh, dass man wieder so ein Klassiker einfach wiederbelebt hat. Mit einem neuen Namen. Kann man machen. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt die Dark Choc 8 Punkte für alle Zartbitterfans. Greift zu, die geben dann wahrscheinlich 9 bis 10 Punkte. Wobei ich finde es noch ein bisschen zu spannender in Erinnerung, muss ich sagen. Also 8 Punkte für die Dark Choc Küsschen kann man nichts mit falsch machen. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Dann macht ihr alles richtig, wenn ihr das macht. Daumen nach oben, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss.